Es ist derselbe Ort. Es ist dieselbe Fabrik. Aber es ist eine andere Zeit. Ich bin ja ständig in Bewegung, was aber auch nicht schlimm ist. Denn was uns Menschen antreibt, ist ja die Bewegung nach vorne. Und genau an den Stellen, wo diese Bewegung fehlt, da komme ich ins Spiel. Ohne Motivation und Leidenschaft gibt es keine Bewegung. Die Leidenschaft, die ich durch meine Kamiko-Vorfahren gespürt habe, möchte ich nun weitergeben. Und genau an dieser Stelle werde ich die Kamiko-Erfolgsgeschichte fortsetzen.